hallo leute und herzlich willkommen zu meinem kanal heute habe ich für euch etwas sehr interessantes ich habe hier sechs packungen von park patrol the movie ich glaube pro einkauf über zehn euro kriegt man von lidl ein so eine packung ja und die dachte ich mir verfilme ich für euch mal und guck mal was du dabei rumkommt also dann fangen wir mal mit unserem kleinen kurzvideo ein und ich öffne mal diese sechs produkte ich habe selbst keine ahnung was hier rumkommt das ist ein magnet oder mal gucken testen ist das magnet ich weiß es nicht interessant auf jeden fall ist es so ein schönes motiv von dem park patrol und das ist ja lustig seht ihr das gut das ist das erste motiv dann haben wir noch einen aufkleber wir haben mehrere aufkleber hier ist noch mal ein aufkleber zwei aufkleber eine interessante form und hier das ist eine hand tätowierung ist ihr kennt das wasser drauf fest drücken abziehen ein tattoo sehr cool okay gut pack nummer eins und verzeiht mir ich weiß nicht wie die ganzen park patrol figuren heißen ich habe nur zufällig das heute kommen und werde jetzt mal für euch jetzt auspacken deswegen schon mal gucken was noch alles und so vor die linze kommt ihr könnt gerne das video liken meinen kanal abonnieren und natürlich die glocke aktivieren dann seht ihr immer wenn neuen inhalt von mir kommt so was haben wir denn dieses mal oha das ist doch diese dass auch dieses fahrzeug ne bagger oder was ist das hier klar das ist dem sein bagger cool ich bin mir nicht sicher ob das magnetisch ist oder nicht das müsste ich mal bei mir am kühlschrank testen kann ich aber jetzt nicht weil ich nicht im kühlschrank bin dann haben wir noch ein aufkleber hier süß und etwas größeres das ist wieder so eine tattoo dieses mal war nur ein aufkleber dabei ist seltsam okay gut nur ein aufkleber und der buch der bau 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 so jetzt kommen wir zu weg numbers wie wir sehen wir haben wieder 1 tattoo Die Pfote. Sehr schön. Dann haben wir ein Sticker von dem Helikopter. Wow. Und wir haben ein Motiv von dem Hund. Ihr wisst genau wie sie dieser Hund heißt. Vermutlich Peggy. Zumindest sieht es aus wie so eine Peggy. Aber interessant. Die erfüllen doch bestimmt irgendeinen Zweck, oder? Okay. Nichtsdestotrotz. Wunderschön. Zack. Das war Pack Nummer 3. Drei haben wir noch. Das ist unsere Ausbeute von den dreien. Und hier kommt Pack Nummer 4. Und wir sehen bei Pack Nummer 4 da ist der Feuerwehrmann Hund. Der da oben. Gut. Das ist ein Tattoo. Sehr nice. Darauf gefolgt von einem Sticker. Diesen Sticker haben wir auch schon hier als Motiv. Das ist dieser Bagger. Und als Motiv haben wir den Hund zu dem Bagger, wenn ich mich täusche. Das müsste er sein. Wie gesagt, die Namen kenne ich nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie die heißen. Aber ich wollte euch unbedingt die Packs mal zeigen, was so drin ist bei Lidl. Okay, let's go. Vorletztes Pack. Wir öffnen das. Und wir haben hier eine weibliche Wauwau. Als Tattoo. Dann haben wir einen Sticker. Oh, das Feuerwehrauto. Cool. Das hat sogar mein Sohn als Spielzeug. Paw Patrol, Paw Patrol. Da müsste jetzt hier ein Motiv drin sein von einem Feuerwehrhündchen. Und nee. Wir duplizieren. Wir haben nochmal den Bulldozer Dog. Und wir kommen zum letzten Pack in dieser Runde. Sechs an der Zahl. Und wir haben nochmal ein doppeltes Tattoo. Darauf gefolgt Witter mit der Planierraupe. Und das letzte Motiv ist nochmal die fliegende Conny. Für mich ist das eine Conny. Tja, das sind die Packs. Das könnt ihr rauskriegen aus den Lidl Packs. Pro 10 Euro Einkauf kriegt man ein Sohn Package. Das ist das, was ich bis jetzt erhalten habe. Ich hoffe, nur ein kurzes Video geworden. Aber trotz dessen. Ich hoffe, auch euch hat das gefallen. Ansonsten lasst ein Like da. Abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke. Damit ihr immer den Content, der kommt, von mir dann auch sofort seht. Und somit keinen Content verpasst. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.